es hat man eine Kau hat auch gesprungen das auch geschehen ist wieder reingesprungen bei der 3 2 1 das ist ein ganzes Konzert für war der Stilbermann neuftholk ist das Session mit dabei ist ein Null KS Hallöchen und natürlich Special Gs Drasson Und man merkt mal was da heißen Null Kills, weil ich hab schon noch einen Kill gemacht, heute. In der Lobby, mein Glückwunsch. Nicht in der Lobby, auch in der richtigen Runde, mein Freund. In der richtigen Welt, also. Boah, wir hätten drin bleiben müssen, da waren drei AFKler. Oh, geil. Hat mal jemand geschaut, ob da noch Leute bei uns gelandet sind? Äh, also bei mir war keiner. Gesehen und gehört hab, ich wusste nix, aber ich glaub, hier sind welche. Ne, die nehm ich nicht mit. Ich hab jetzt geschworen, LMG nehm ich nie wieder mit. Da bist du Spieler. Geil. Okay, sind doch Spieler da, geil. Oh. Das war echt belastend, weißt du, ich hab meine Konzentration darauf gemacht, wenn ich versuch' zu erschrecken, wenn der Drago noch und dann aber mal steht ein Spieler. Hätt's mir nicht getan. Ich hätte den eh nicht gesehen. Okay. Hey. Verkampf. Nie wieder Farben, Lentis. Die haben mich auch weggeholt. Wollte dich rächen. Oh. Ja, seid ihr beide tot? Ja. Sven, du carry's jetzt. Ich baller mich da jetzt einfach raus, damit ich bin ja da. So, geht los. Pistole. Hab ihn. Mach'n, du weißt ja, was ich machen muss. Ja, krampf. Ich renne auch schon auf die Zug. Hätt's ab, der mich immer noch holt. Das ist auch so ein Regelsch. Jo. Klar. Ja, hier ist jetzt noch Gulag angesagt. Sven regelt. Nicht die Waffe. Schrote, ist doch geil. Ich kann mit der überhaupt nicht. Ich hasse die Waffe. Du kannst mit gar keiner Waffe. Ja, wenn die Waffe ja eine Kacke sind. Jetzt mach doch mal was. Denkst von dir. Easy. Verrückt doch. Und hättest du einfach noch weiter so. Sven, wenn du jetzt noch die Runde holst, dann benenn ich den Kanal um und nenn den Sven. Ist geil. Geil. Okay, wie sieht's cardmäßig aus? Da musst du hin und du bist in der Zone. Easy. Easy. Also dauert noch. Okay, ich hör hier nichts. Also war hier bestimmt schon jemand. Nee, da hast du ja noch nichts gemütet. Ja, aber wieso höre ich denn nichts? Nicht jedes Haus hat ne Kiste. Ja, aber trotzdem. Nein. Hallo. Da ist ein roter. Guck. Du musst auch jemanden wiederholen. Machst du jetzt Sven. Gut, gut, gut. Schönen Dank. Machst du jetzt weg? Er ist hinterher gelaufen. Das wäre ein easy kill gewesen. Ja. Ja, jetzt. Sven macht das jetzt. Pass auf, er hat eine spezielle Strategie. Ah. Ja, siehste. Sven, jetzt machst du es. Die haben sich jetzt eine krasse Ausrüstung, die klaust du jetzt. Komm. Der steht da extra für dich da. Einmal getroffen. Solltest du auch einfach weggehen lassen können, jetzt wissen sie, dass sie da sind. Äh, dass du da bist. Die krasse Sven-Svenzahnische Taktik. Werden kann. Links, Sven. Ja. Da taus. Ja. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die wissen, dass du da bist. Ich glaube auch. Das kommt jetzt, gehörst du es für eine Strategie. Okay. Ich setzte halt auf. Ja, keine gute Idee. Vor allem nicht im gedockten Modus, aber wenn du das. Ja. Ja. Leute, wir hängen eine Runde dran. Geben wir unsere Runde jetzt. Ja, zum großen Finale. Nochmal Farmland. Ja. Das wäre jetzt episch. Oder wir gehen nach Park, wo die AFK Leute einfach hingehen. Mir ist egal. Was machen wir? Ja, Farmland. Farmland wäre jetzt episch. Wir sind dafür zu gut für die AFK Leute. Wir machen auf den Rest. Wir sehen mich um. Die wollen zum Gefängnis. Zumindest zwei Teams. Und die anderen zwei Teams gehen nach Farmland. Die gehen da hin. Es ist auf jeden Fall schon schön zwischen den Räumen durch. Es fängt schon wieder mit Herrn. Die Runde sind nicht mehr angefangen. Ja, ich glaube, ich habe fast das Spiel wieder. Ich bin noch nicht mal gelandet und höre schon, hä? Ja. Sven, das soll nicht sein. Nee, überhaupt nicht. Nur ein Sven, der durchs Fenster kommt, ist glücklich zwei. Was Glück ist Sven. Ein glücklicher. Sicherlich. Also hier sind noch zwei Stück, habt ihr gesagt, bei uns. Zwei Teams. Ja, bei Draster haben wir geschossen. Echt? Nö, hinter mir. Weit hinter mir. Sicher? Ja. Was ist das? Oh Gott. Boah. Da war einer. Ja. In dem Haus sind wir bei dir drin. Draster. Ja. Ja. Hat man aber nicht bekommen. Einer im Haus? Ne, zwei im Haus. Was? Verbindung mit... Warum? Meine Verbindung ist weg. Einer ist... 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 Einer K.O. Einer ist rausgesprungen. Einer ist rausgesprungen. Ja, der ist wieder reingesprungen. Einer ist... Einer hört mich noch. WTF? Hallo? Hallo? Ja, wir hören dich. Ja, ja. Ja, meine Verbindung ist weg. Ich hab grad.. Ich konnte dich... Also grad konnte ich dich nicht hören, aber das war geiler Tag, dass das die beiden hier so laut waren. Sie, wir verwenden dir's nicht möglich. Warum? So, zwei E.P. Schupper, das nicht. Das ist belassen. Hast du denn? Ja, das ist rausgeflogen, ist ein Loob! Ach so... Mein Gott! Ja, ich dachte irgendwie was anderes. Ja, wir hängen hier einfach gleich eine extra Drassanrunde. Okay. Ich bin nur, dass die ein bisschen kürzer die Runde. Nee, die Runde ist für uns und die andere Runde ist dann für dich. Machen wir das so. Vorausgesetzt, ich kann mich wieder verbinden. Zugriff auf Online-Dienst? Nicht wirklich. Also, nur kurz weiter. Was ist das LMD-Exception? Und dann mal gucken, vielleicht sind halt auch die Microsoft-Dienste offline. Zugriff auf Online-Dienste ist möglich. Na ja, mach dir mal kurz die Runde zu Ende und dann probier ich es danach nochmal. Was kannst du mit? Weißt du, woher ich jetzt gehe? Drive-By! Ja, der ist alleine. Oh oh! Kommt noch eine Rente machen oder was? Nein! Ich geh auf! Ich hab mich verdrückt, Sven! Nein! Nein, das Auto hab ich gekillt! Ich war fast... Das Auto... Ich war fast voll healed! Ich hab's mal killed. Hey! Hey! Leute, ihr müsst euch nichts an bedenken, die Runde wenden. Du wimmst ja verhießt nicht. Brrrr! 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 Das war total nubig! Gut, dass ich das auf Camp... Ja, auf Camp, auf Aufnahme! Du, ich hab irgendwie Probleme mit der Maus! Jaja, ich hab die Maus am Problem mit dir! Nee! Das war eine wunderschöne Session von... äh... Call of Duty Modern Warfare was on! Schenk auf jeden Fall draus auch, ne? Bei dem kommt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch eine andere Runde! Und... vielleicht haben wir da ja gewonnen! Seht ihr auf jeden Fall! Schau wir mal! Fürs nächste Mal auch rein, schau! In den letzten Runden haben wir ja ein bisschen Spro-Gameplay! Ja... gerät auf jeden Fall! ... Ja... 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 Du... Untertitelung des ZDF für funk, 2017